ja herzlich willkommen wieder bei mr iphone test heute habe ich ein unboxing ich habe mir was bestellt so dass jetzt die einige wochen jetzt nichts gekommen ist aber ich habe jetzt einige produkte gestellt bestellt die ich testen kann und naja einige videos werden jetzt euch erwartet zuerst unbocke ich jetzt dieses päckchen ihr könnt euch vorstellen was denn das ist ein bisschen klein das macht mal auf das habe ich das ganze habe ich bei ebay bestellt ist nur eine display schutz folie zwei euro bei ebay zwei stück naja dachte ich teste mal das sind diese hier screen guard heißt das ganze der grade ist vor lcd screen und hinten in schwarz machen wir das ganze auch mal auf schauen wir mal rein so also aus hongkong ist das ganze sich gerade mit so einem coolen glimmer effekt ich weiß nicht ob man das sieht also was man kriegt hier eine schutz folie logisch unten ist das mikro ich weiß nicht ob das ein mikrofasertuch ist oder ob das aus papier sogar ist es ist ganz dünn nicht so normales mikrofasertuch naja zwei stück für zwei euro kann man nichts sagen ich werde das ganze mal installieren das video werde ich hier an diesem unboxing video direkt anhängen als install video wer es schauen wir kannst dann schauen und ähm später nach einer woche denke ich mal wird es ein review davon geben ob das wirklich eine gute folie ist ob sie schnell zu zerkratzen ist ob sie was aushält und dann werde ich euch berichten danke dass ihr wieder eingeschaltet habt abonnieren wenn es euch gefallen hat und sonst nicht screen guard heißt die ganze folie danke und tschüss